Das ist ein Update. Endlich. Ich bin schon gespannt, Junge. Macht das Büro stolz. Gut. Neue Leute. Auf Nuke Office and Agency. Meist gespielte Map der Welt, soweit ich weiß. Aber Moment. Alles klar. Das passt schon. Meine Herren. Hallo, sind Sie auch vom Fundbüro? Achtung. Gar kein Problem für mich. Ducken und dann mach Stendo. Achtung. Batsch. Ähm. Hören. Ich weiß eigentlich, schießt man im Warm-Up nicht. Aber mit der M5 kann ich das schon machen, oder? Kann ich das gerade mal erlauben, die Geschichte. Guck mal. Die haben no Chance. Also gleich, wenn ich wieder da bin. Pass auf. Pass auf. No fucking Chance. Pass auf. Passt ja schon auf. Pass auf. Oh. Zerstört. La 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 la. Oh la 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 la. Die ist ja komplett insane, die Waffe, ne? Aber jetzt war im Ernst. Guckt euch mal die neuen Büroleute an. I'm going to take it. Ich sag mal so. Es kann ja nicht ganz funktionieren, ja? Wenn nicht das gesamte Team MPs kauft. Du musst auch als, ich sag mal, MP-Spieler, mal eine M4 aufheben können. Auch wenn du an sich Main MP5 bist. Also MP5 SD. Karten, MPs. Gewinnen, verlieren. At least two are coming ramp. When is two on ramp? Warum bin ich alleine ramp? Wie sch- Das ist eine reine City-Map, man. Jetzt wird ihr aber gleich, äh, katatonisch. Ah ja, I will time out. Komm. Geh halt kacken. Only MP5. Und Granätelchen. I'm rotating to be. Ramp is open now, guys. Secret is down. Bomb down, secret. Near events. I think he's outside. Leute, packt mal euer Gear und dann gehen wir los. Ja? Wenn ich jemanden sehe ohne MP5, dem hacke ich die Faschistin in den Händen ab. Maschistin in den Händen ab. Ich sag mal so, Oh meinst, früher bei Source war ich ja praktisch 8fach Global oder 9fach Global, aber halt nur mit der MP, ne? Another one Hallo Another one Oh, easy lock on, crisp clean, fuck, crispy McDonalds Another one Oh, it's a Nice man, nice fucking nice, fuck Oh, oh Oh, oh Nice fucking nice, you need to fuck Oh, oh Das ist mein Lieblingsgeräusch bei Pornos You are my cook Ach, was? Was? Das sind mal wieder richtig geile Russen Jeder kann gut gelaunt sein, wenn er den Bubler im Team hat, der ordentlich carried, ja? They're coming, get help on ramp Ich werde sterben Aber nicht so schnell Oh Alter, der mich erschreckt We need to be pretty fast with the ramp Go, go, go Oh, die Jungs Wer macht denn erstmal den Vent auf mit nem, mit nem Scheißstück Ey, die sind echt so gut drauf, die Jungs, krass, man So waren früher meine russischen Teams The ramp is clear, guys Yeah, they got the bomb Shit Incoming from above It was at this moment that Nathan knew He fucked up Möglicherweise Haben wir ein Team erwischt Das bei der Suche eine Person dabei hatte, die sich gesagt hat Hey, komm, wir machen Nuke mit dran Ne, 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 ne Und er so, komm, Nuke kommt eh nicht dran Ich mach's einfach mal in den Pool Und dann kam das Ach du Scheiße Oh, da ist einer gegangen Ach, wie ungeschickt von denen Noch nicht mal einer der Ich glaub, denen der Topfrager ist gegangen Na gut, ich mein, da hätt ich auch die Nase voll, ja Ach komm Hätt doch jetzt nicht sein müssen, oder? Giveaway Vielen lieben Dank für eure Likes und Kommentare Heute Abend 22 Uhr Livestream Tschüss